Herzlich willkommen bei unserem gemeinsamen Spiel MediBilder1st. Wir haben noch einige Sachen zu verkaufen. Hey Schatz, unser kleines Königreich. Alles problemlos. Hey du. Oh nein, dass die Rosalinde sieht. Okay, Spaß muss sein. Komm mal bitte keine mit Sexismus. So, das Röschchen ist auch einigermaßen aktiv. Oh, die Fackel ist gut. Oh, ne, die ist noch mal. Okay. Vorhin sind wir mit der Fackel ins Wasser gehubsen und haben gedacht, als Feuer im Wasser ausgeht. Aber jetzt wissen wir es so, da der Esel nicht schlafen will, haben wir noch nicht entsattelt. Denn da haben wir noch Zeug drauf im Rucksack. Wir brauchen der Anlauf. Wir reiten nach Kostoubia. Wir haben ja noch einiges im Rucksack gehabt. Wir kommen auf den Pferdepartplatz. So, mein Freund, erhol dich gut. Ne, ich komm gleich wieder. Haben wir da noch was zu holen? Die sind noch weg. Okay, ähm, da ist die... Ah, die... genau. Eitelina, mein Engel, zeigen wir mir, wie geht das. 1462, das ist gut. So, da haben wir die Steine weg. Haben wir. Wolle kriegt er nicht. Ah, das kriegt er auch weg. Haben wir noch was? Nö, haben wir nichts mehr. Okay, dann lassen wir es mal. Goodbye. An den Esel gehen. Kein Kommentar. Sattel Tasche öffnen. Den Sattel verkaufen wir logischerweise nicht. So, meine Kleine, ich komm wieder. Hallo. Only the best products here. Haben wir sie pleite gemacht, ne? Hat ihr was für uns? So, wir können unter Leuten mal vielleicht Weißbrot gönnen. Na komm, kaufen wir zwei, drei Weißbrot. So, mach's dann gut. Okay, dann muss was wir verkaufen können. Ah, Münzen verkaufen wir. Ah, okay. Die können wir essen. Ein Trinkschlauch essen wir nicht. Essen. Gut, das war's. Genau. Und rein geht's. Und mal eine kurze Session. Und jetzt beruf, drüber nach links. Also, er hat er wieder geschafft. Warum der Kupp der Edel durch die Wand will. Schon. Ok. Ok. er ist entsattelt das kann er schlug ich habe mich ganz die pferde immer noch die baby boots und sohn gerecht wünschen auch das schwein zu irgendwo zu fixen die nächste sind sauber in der kleinen mini ganz so mini ganz die ist noch ganz alles gut hier und noch mal das ist auch dass sie die dritte so das ist so alles noch in der produktion ist ein speck ja er kommt ins nahrungsgedöns 6.000 das heißt die steuern sind sicher ihr wisst ja unser problem ist noch warum stellt er keine kohlsuppe her so meine freunde jetzt ist aber auch weiß wie geht es ja ein stein hat er verloren ok gestatten finden ja mal schauen ob er den stein nimmt der buch ich habe man sich auch ok du hast meine bären gegeben ok ein stein wieder ganz haben und absolut einzigartig ok mach mal ein bisschen platz kurz sein es ist so goldig der eine satz mach mal ein bisschen blatt kurze kohle haben wir jetzt 11.000 das ist gut ich denke mir da muss man schon einigermaßen oder ein pferd kaufen wenn ich ja mal zwei pferde kaufen du gehen nicht so weit über die straße gibt es frei rumlaufen der esel du kleines kind so mal verwaltung gucke alle haben gute laune super und die gebäude sind alle fit auch super die felder sind in der mache plantage hopfen läuft sowieso die kirchen sind auch noch im wachstum ja das ist noch nicht gemacht ja die felder sind noch leer die machen wir dann im herz und hafen der kohle ist auch machen alles gut was produzieren die jungs und mädels ohne produzierter wasser so ist er bei der beim kalkstein alles gut holzschuppe dann setzt man das mal ein bisschen auf brennholz mehr genau weniger stücke weniger brennholz bretter aber mehr brennholz im herz wird schon kalt so das läuft da brauchen wir nichts zu machen fische hütte auch keine probleme das schaffen sie auch die jagdhütte ist eine aktiv jetzt habe ich eine jagdhütte eingestellt fleisch trockenfleisch lass uns mal trockenfleisch weg machen wir ein bisschen leder mehr dazu und der rest noch mit normalem fleisch genau felsen lassen wir auch mal so ein bisschen produktion da haben wir in der schmiede ein problem der kuppe waren ja logisch immer kein kuppe da machen wir wollen herstellen holzmesser können wir mal wieder was machen korrigiere steinmesser gut ich schlug das sind so allem laufen schön 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 und kommen wir doch mal die halle rein du sollst den kehren mal du sollst mal schaffe die sollst du immer herstellen die erheben das die dalle bohrer guck mal was die dalle bohrer macht dalle bohrer meine freundin wo bist du da ist er ist landwirtin er landwirtin macht ja auch keinen sinn du pappnase das könnte mir gut landwirtschaft dalle bohrer es tut mir leid das ist meine schuld aus mit ihr verwalten hat x entferne und alle bohrer du bist auch noch schon mit mir stehen so und damit ist es erledigt und kein material hier brenne stöcke jetzt haben wir noch ein paar stöcke zusammen und ja dann müssen wir einen stopp in die hand nehmen das klappt ziemlich schnell so ist gut und zerschmiedböse an und er ist mit sich ein kräftiges keinscher so noch das ok ein stück weil sie stücke das gibt sechs hatten das reicht heute und sie fällt das ist schön wachst wächst genau das problem ist es gelöst sein jawohl es ist so noch mal vielen dank fürs zuschauen und bei der nächsten veranstimmung gehen wir so weit dass wir in der druck wieder erweitern guck mal an wir sind der markt stand bitte 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 wir sind jetzt bei 19 wir brauchen immer noch zeit wir brauchen immer noch 500 punkte knapp gesagt 550 ok das können wir noch herstellen das müsste gehen gut nächstes ziel wird sein dass wir uns um die markstände kümmern vielen dank fürs zuschauen und bis hoffentlich bald statutor geht's gut tschüss Bis zum nächsten Mal.